Klickregel. Du bist auch so eine Klickregel, weißt du? Schnauze-Klaus. Hallol und Soos. Keine Ahnung, wie ich jetzt eine Anmod machen soll. Fuck you. Wir spielen Minecraft, weil... Warum nicht? Und jetzt darf ich zweimal raten, wer dabei ist. Es ist... Totalee. Stopp mal kurz. Nein, fuck. Ich bin noch ein bisschen ungewöhn, Francesco. Weil er dir die ist nicht so scheiße. Das ist auf jeden Fall richtig eine gute Runde. Ihr könnt High-Quality-Gameplay auf jeden Fall erwarten. Ich spiele mit Specs. Ich weiß noch, Dandesium war das Beste von allen. Das waren noch Zeiten. Als deine Kimme noch nicht gestinkt hat. Gestunken, ja. Ja, ich weiß. Mir ist es auch aufgefallen, aber zu spät. Gymnasium, ne? KYS. Warum? Es hängt wieder an, wie es aufgehört hat, ne? Ich will zu gelb. Roter schlägt nicht runter. Perfekt. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Ey, Junge, du musst damit... Du hast es doch gerade abgesichert. Ne, aber da... Ich wollte dann weitergehen. Ich wollte voranschreiten. Auch dank, CSCO. Könnte sein, dass ich gerade zu wem versuch zu dir. Mein Hotkey für 9 nicht mehr funktioniert. Oh ja. Oh, alter. What? Nein! Mein Hotkey für 9 funktioniert nicht mehr. Junge, du musst mal ein bisschen Spannung hier erzeugen. Du bist voll langweilig. Entschuldigung. Der ist gut. Das ist super blöd. Ich muss mich erst mal am Minecraft sehen. Holy fuck, sind die alle gut. Die sind wahrscheinlich genauso scheiße wie wir. Und ich bin auch erst seit irgendwie... Keine Ahnung. Also diesen... Ich bin seit einem halben Jahr wieder in Minecraft oder so. Und erwartet von mir, dass ich jetzt hier irgendwie schon längst alles zerstört habe. Okay, der schade ist ja aber... Hä? What the fuck? Oh, 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 oh. Ich habe keinen Fall der Schaden bekommen, weil es würde man lecken. Ja, ich habe... Ich habe einen Teleporter. Ey, ey, wie ging es nochmal mit Teleporter und Fallschirm oder so, ne? Keine Ahnung, was du... Oh mein Gott. Ich brauche einen Fallschirm. Teleporter und wenn du ganz oben bist oder am höchsten Punkt oder so spät wie möglich... Ja, das geht noch. Ich bin auch bei der roten Basis gerade. Ich probiere es einfach mal, ob es klopft. Lol. Ja, es klopft noch. Oh mein Gott, ich habe nur eine Holzspitzhacke. Damit kommt man inzwischen gar nicht mehr durch. Man kommt inzwischen nicht mehr mit einer Holzspitzhacke durch die... Durch diese Blöcke durch, ne? Egal, ich habe eine Steinenpicke. Oh, 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 oh. Nein. Oh, oh, oh. Nein. Ah, ich bin so scheiße. Das wäre so easy gewesen. Team Grün ist in der Mitte. Boom, boom, boom. Der hat verloren, der Mann. Holy fuck. Oh, ich liebe noch. Nice. Wo ist der Grüne hin? Okay. Der... Leck. 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 Da kann ich nichts für. Leck. Das ist auf jeden Fall Interactive Gameplay, was wir hier haben. Meine Tastatur macht sich echt gut für sowas. Ey, der... Geh rein. Geh rein, Junge. Oh Gott, bist du langsam. Jetzt stirbst du, wenn du reingehst. Bleib, warte auf mich oder so. Keine Ahnung. Ey, es ist unser Bett gleich zerstört. Nee, nee, hier ist niemand. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal... Lol. Lol. Hä? Hä? War das... Oh, aua. War das geabsichtigt oder ist der einfach dumm? Was planen wir? So die Typen da runter... Boom. Pass auf, da hat es so... Oh, oh. Wie bei mir ist da einer. Wo ich bin... Alles klar. Der kommt... Nee, okay. Es... Guck, siehst du das? Der hat schon wieder gesuicided. Oder hast du ihn runtergeschossen oder so? Womit denn? Mit meiner Faust? Ja, was weiß ich halt, ne? Die fallen die ganze Zeit runter. Das beweist für mich einfach nur, wie schlecht wir... Nee! Nee, nee, nee! Der muss unser Eisen hinladen. Ähm... Texas. Okay. Wir brauchen Eisenschlitzhacken, sonst kommen wir bei denen nicht durch. Der pussiert richtig, Alter. Der hat Antipositas. Okay, ich habe unser Bett jetzt so eingebaut, wenn man das so nennen darf. Lol. Hat er? Nein, ich habe Bogen. Ja, mit Bogen. Und allem. Nein! Mit fucking allem. Ich habe den anderen, ja. Ey, der Rote ist gerade wahnsinnig. Also der eine... Einer von der Roten ist gerade wahnsinnig. Dieser Lucky Buster, Alter. Alter, Junge, wir müssen uns beieinern, haben wir noch 50 Minuten. Nur noch 50 Minuten? Fuck, Alter, wir müssen uns richtig beieinern. Aber richtig, Junge. Du hast keinen Bock auf Unentschieden. Ja, Mann. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Hat auch echt in Minecraft-Spielen hier mal eine Stunde gehen oder so? Ja, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Guess what I have? I have the red. Oh Gott. Und der ist gerade verreicht. Batman. Und ich bin untergeschossen. So, na, egal. Sehr nice. Da habe ich auf jeden Fall richtig assassiniert. Ich gehe einfach Suicide Squad. Suicide Squad. Wo ist er überhaupt? Der hier. Unter dir? Ja, irgendwo. Ja, der ist er. You wanna know my gang, Suicide Squad. Okay, easy win, Alter. GG. Nice. Wie lange haben wir? Wir haben erst 11 Minuten. Machen wir noch eine, oder? Ja, Mann. Ja, wir sind der richtige HUR. Ups. Ich habe wohl wenig losbehaltet. Wir sind wieder in der zweiten Runde. Na, alles klar. Junge, wenn man einfach der Antwort ausweichen möchte, wechselt man das Thema. Kennen Sie nicht diese, ähm, diese ganzen Map, die Map, wo ganz wenig los war, wo nur so ein paar Blöcke waren, nicht nur mal irgendwie. Äh, ach so, ja, Platzangst, die ist die. Ach genau. Sie haben irgendwas mit Sky Air oder irgendwie so einer Scheiße gedacht. Nee, nicht ganz. Nein, Krause ist toll, das macht doch viel Spaß. Ja, richtig gutes Spiel. Ja, aber sowas ist natürlich nicht entmonetarisiert, ne? Äh, nee, nee, da kriege ich richtig viel Geld für. Nein, aber generell... Minecraft wird man reich. Oh Mann, wo bin ich? Wohin müssen wir? Wohin bin ich, wohin müssen wir? Was? Ich dachte hier sind... Ich dachte, Revi wäre der Skills. Ja, wie sieht's denn dann auf Gom aus, wenn hier schon alle Scheiße sind? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil die ganzen Pros, so wie ich, auch gehört haben, Minecraft zu spielen. Und jetzt, wenn sie wieder anfangen sollten, mal die eine oder andere Runde zu spielen, einfach kompletter... Ja, aber guck dir, die... Also die hier, die bei uns in der Runde gammeln, die sind halt echt Scheiße. Oh, ich bin untergefallen. Guck dich an. Ja, die sind halt echt Scheiße. Was macht der? Der Sneak baut der andere auch. Ey, da kommt ja noch... Da kommen sogar zwei. Hallo. Du kannst den Bogen kaufen, wenn du Lust hast. Nee, nee, komm mal da. Nee, nee, hast du einen? Okay, die sind halt richtig Scheiße, Alter. Ach, auf einmal. Unter anderem sind die echt schlecht. Unter anderem sind die echt schlecht. Okay, was sind die noch alles? Ja, der hat unklar Griefer. Der andere ist einfach so untergefallen, das könnte ich sein. Der dunkle Griefer ist halt einfach so ein richtiger Mongo. Ich hab ihn neulich erst von seiner Mama haben einen Eingriff gekauft. So was von... Ich bin der dunkle Griefer, Alter. Fuck you, boy. Das ist nicht gut, äh... Von wo starte ich am besten? Der Enrique, dem hab ich voll auf Timolia eine reingehauen. Wer ist das? Keine Ahnung. Das ist natürlich nicht Trimorot. Okay, dann versuche ich mal zu Timorot zu kommen. 100% plus, dass das nicht klappen würde. Go, go, go! Okay, ich bin... Oh Gott, das wird doch niemals reichen, Flugbahn hier. Holy shit, man droppt ja so krass mit dem Huhn. Wo ist das Bett? Nein. So. Au, au, au. Ein roter hinterher oder so. Keine Ahnung, ich hab grad... ... das Bett noch. Die Grüne hat noch Bett lang. Ich hab das hier weggelegt, tut mir leid. Beim nächsten Bett. Jetzt. Arrm, Alter, es läuft. Sack, kein Teaming, ich hab ihn nur nicht angegriffen. Report... ... end. That target. Hä? Das waren die letzten mit dem Bett. Ja, hau mich doch, Alter. Kopf in. Boah, ich lebe noch. ich weiß was es macht aber ich weiß nicht wie man es genau macht ich hab ihn nicht einmal gehintet bis jetzt kommt schlag ihn weg ja komm ranger ok der bett ist weg pass auf pass auf habe ich ihn aber ich habe ihn easy ich bin auch zu gut jungen gg 36 für easy das ist ein problem egal dass du aus einer knallharten runde auf jeden fall ok wenn ihr mehr sehen wollt kill yourself und ja tschüss ja 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 ja